moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem kurzen video möchte ich euch nur erklären wie ihr von der neuen pistole saikhoff den akimbo aufsatz freischalten könnt und zwar steht hier als aufgabe dass sie mit dem extra mehr moneten und der renati drei kids in fünf verschiedenen spielen machen müsste ich habe das ganze versucht leute und leider festgestellt dass sich diese herausforderung gar nicht speichert beziehungsweise ich habe gar keinen fortschritt erzielt und zwar liegt das einfach daran dass activision einen fehler gemacht hat und dass die nicht die renati meinen sondern die meinen die saikhoff also ihr müsst die saikhoff pistole nehmen den extra mehr moneten drauf machen und in fünf verschiedenen spielen mindestens drei kids machen so das war es dann mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen und ich hoffe ich konnte euch helfen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir in die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten mal